Ja, heute bei kurz vorgestellt zeige ich euch das Spiel Frantic aus dem Hause Game Factory. Das ist ein Spiel für zwei bis acht Spiele und ihr solltet zwölf Jahre alt sein. Vom Grundkartenspiel ist es ein bisschen ähnlich wie Uno, sprich jeder bekommt Handkarten, es wird in der Mitte eine Karte aufgedeckt und dann macht den Großteil der Karten Zahlenkarten aus, in vier verschiedenen Farben, Zahlenkarten 1 bis 9. Dann gibt es jetzt nochmal neun Karten dazu, welche einen schwarzen Hintergrund haben, welche dann beim Ausspielen, sobald diese Karte ausgespielt wird, wie in diesem Beispiel bräuchten wir eine neun, damit wir sie darauf ausspielen können, eine Ereignis auslösen. Dafür haben wir einen separaten Stapel, welcher verschiedene Ereignisse enthält, welche sein könnten, das Spiel endet sofort oder alle Karten werden gemischt und an alle Spieler werden wieder verteilt. Und so setzt sich das fort, sodass man ganz, ganz viele verschiedene Ereignisse hat. Pro Zug hat man halt seine Möglichkeit, wenn man seine Handkarten hat, entweder man spielt eine aus, wie wir schon am Anfang sagten, man hat halt einen Ablagestapel oder man zieht eine Karte und dann hat man die Möglichkeit, nochmal eine Karte auszuspielen. Es muss aber nicht die sein, die man gerade gezogen hat. Somit könnte man sich zum Beispiel irgendwelche Karten zurechtlegen oder schauen, was vielleicht gerade auf dem Ablagestapel war, um vielleicht irgendwelche Sonderkarten zu bekommen und trotzdem dann noch ne Karte ausspielen. Als Sonderkarten haben wir zum Beispiel die Fantastic Four. Da müssen vier Karten gezogen werden. Wer diese vier Karten zieht, kann ich völlig frei verteilen. Im Anschluss darf ich mir wieder ne Farbe oder ne Zahl wünschen. Dann gibt es eine Second Chance, sprich ich kann gleich noch eine Karte legen oder dann gibt es noch das Gift, man verschenkt zwei Karten an einen Spieler oder Skip, sprich einer setzt aus. Und so setzt sich das Spiel mit einigen anderen Sonderkarten noch fort. Die Runde ist vorbei, sobald ein Spieler keine Handkarten mehr hat. Dann werden die Punkte gezählt, Zahlenkarten zählen ihren eigenen Wert und Sonderkarten zählen sieben Punkte. Eine kleine Besonderheit bei diesem Spiel ist noch, dass es rechts herum geht, sprich gegen den Uhrzeigersinn. Hier das Spiel endet dann, wenn man eine bestimmte Punktezahl erreicht hat, die man sich selbst festlegen kann. In der Anleitung geben sie ein, zwei, drei Punkte Limits vor, welche man sich natürlich aber trotzdem je nach Rundenlänge oder Spaß selbst komplett festlegen kann. OK, sobald ein, zwei, drei Punkte. Untertitelung des ZDF, 2020